O wie OECD. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung besteht aus derzeit 35 Mitgliedstaaten, hauptsächlich aus Industrienationen und weit entwickelten Schwellenländern. Ziel ist es, die Politik darin zu fördern, dass sich weltweit das Leben der Menschen verbessert. In sozialer und auch wirtschaftlicher Hinsicht. Die OECD bietet den Regierungen ein Forum der Zusammenarbeit an. Zum Wohle der Bürger.